Okay Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Blood Omen 2. Ich würde sehr gerne diese Leiter hochklettern, wenn mich das Spiel lässt. Ja, wir sind auf jeden Fall immer doch irgendwie hier wegen uns durch Gassen und Dächer und so weiter. Es ist alles ein bisschen nicht so abwechslungsreich, aber es ist in Ordnung. Jetzt können wir den Hebel da auf jeden Fall betätigen. Achso. Ich dachte jetzt, das Ding da wird dann irgendwie hier gedroppt oder so. Dann halt nicht. Ich habe da jetzt kein Problem mit, muss ich sagen. Oh. Netter Finisher. Mhm. Wo ist der Eingang? Wo nehme ich jetzt? Ich bin doof. Ich kam gerade hier durch, oder? Nee, hier durch? Nee. Ha. Da wäre nur mysteriös. Okay, du chillst einfach nur. Irgendwo eine Kiste hier oder so? Meine Güte, warum kann man die überall erlangen, wenn da nichts ist? Das fühlt sich nicht richtig an. Nein, geh weg. Ja, okay. Geh doch weg. Nein, geh weg. Hm. Hast du gesehen, wie seine Hand zuckt, wenn er über Gold spricht? Dieses Funkeln in seinen Augen. Und? Was ist mit uns? Wir haben unseren Lohn schon bekommen. Er wird auch immer gieriger. Und was er kann, können wir auch. Schließlich bezahlt er uns nur einen Hungerlohn. Seht ihr das da oben? Was das bedeutet? Das ist einfach nur ein Grafikfehler. Ich glaube, ich kann jetzt eh nicht mehr zurück. Ja. Ach doch, jetzt will ich es rausfinden. Jetzt will ich es doch rausfinden. Ah. Komm ich zurück. Komm doch zurück. Okay. War mir gerade nicht mehr sicher, ob ich irgendwo runtergesprungen bin oder so. Es kommt mir schon komisch vor, dass die Ecke da scheinbar umsonst ist. Ach so. Okay. Das hat geleuchtet. Ha. Kann ich mich hier einfach droppen lassen? Oh. Hm. Vielleicht mit ein bisschen Fantasie. Aber ich glaube, es wird nichts. Ja, will ich doch. Muss mir eigentlich dumm im Weg rumstehen. Was soll das denn? Woher sind wir denn hier? Tja, das lief nicht so gut, wa? Also so in den normalen Levels ist das Spiel bisher echt super einfach. Es ist einfach keine Herausforderung. Aber gut, Soul Reaver war da jetzt auch nicht so, ne? Es war halt immer sehr simpel. Okay. Oh, oh. Tja, Jungs. Der eine war eigentlich weit genug weg. Der andere war ein bisschen nah dran. Mal gucken. Da sind sie auch einfach beide tot jetzt. Natürlich. Natürlich. Ist das dumm. Was? Voll weit weg. Naja. Dann heil mich wenigstens nochmal. Ich hab schon zusammengedrückt, die Kiste. Abfroh Kiste. Ich geb' aber wieder eine. Das ist, äh... Ich hab's gespürt. Könnt man sagen. Ist schon witzig irgendwie. Checkpoint. Siwa Access. Warum ist das ausgetätet, wenn ich da gar nicht rein kann? Hm. Ähm. Ja. Oh, ei, ei, ei. Da ist er ja schon. Hab ich gerade gefragt, wo er, äh, ob er, ob er mich, äh, wohl, ob er gesehen hat und schon auf mich zukommt oder ob er noch da hinten chillt. Hm. Es glitzert schon wieder irgendwas. Einfach so auf der Plattform. Hm. 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 Mhm. Okay. Gut, gucken, was hier oben ist. Hm. 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 einen vampire und ich bin stärker als du oh shit noch einen angeschissen okay warum existiert dieser raum hier schon wieder oder diese plattform dieses stockwerk nennen wir es so wahrscheinlich geht die kiste da gleich irgendwie ganz weit runter wollte ich jetzt eigentlich nicht also die kiste ist auf jeden fall ein stockwerk tiefer was der scheide oder tut ich warte mal okay ich glaube ich verstehe ich verstehe doch nicht ich dachte das ding da wird runterfahren tatsächlich na dann ist ja klar was ich tun muss auf nach oben ich weiß noch nicht sogar umlegt ich weiß nicht so ganz was ich jetzt oben mit der kiste machen muss neben einer abkürzung aber finden wir schon noch aus stunk es stinkt nach abschaum okay ich kann nur dahin schieben irgendwie ich konnte hier nicht raus also generell habe ich gar keine ahnung was ich gerade eigentlich tun soll wo ich hin muss so wirklich die kiste muss ja denke ich hier oben hin alles andere wäre komisch weil wozu ist der aufzug hier und ich versuche mal von der anderen seite zu drücken da ist das aber nur das geheimnis nee hä raffe ich nicht ich kann es nicht nach hinten schieben es geht nicht das problem ist halt auch einfach nicht dass ich nicht weiß was das ziel des ganzen ist hier kann der auf jeden fall hin aber bringt das ich weiß es nicht hilfe also öööööhhhhh was ich jetzt tun soll das merkwürdig ich kann nur wieder nach unten schieben oder kann ich der sinn sein das kann es ja irgendwie nicht sein weil uns auch nichts wird ja nichts mehr sein ja so langsam das blut aus da kann ich hier noch wen aussaugen ja guck mal ich kann mal was versuchen aber so schön wie ruhig es hier ist jetzt irgendwo hinspringen kann damit aber verzeih das ich finde hier ist das sogar so in so in so sie wollte aus wenn man das da rein schieben müsste aber geht halt nicht what the fuck ja da bin ich auf jeden fall verwirrt und weiß nicht was ich tun muss da soll ich unten irgendwas weiß ich nicht hin tun damit es irgendwie kaputt geht oder sowas das wäre noch so eine idee ist ja irgendwie auch so etwas glitzert hier was mich irgendwie auch die ganze zeit schon verwirrt was ist hier los ups hm tja leute ich weiß nicht was ich tun soll um ehrlich zu sein jetzt kann ich eh nichts mehr machen mit der kiste hm hm keine ahnung absolut gar keine ahnung ich werde jetzt mal kurz im internet nachschauen das verwirrt mich ok leute ich glaube ich habe es gesehen gerade wir können glaube ich ja wir können das ganze ding hier verschieben what the fuck ok ich weiß nicht so ganz wofür um ehrlich zu sein ähm hoppala ja jedes mal laufe ich immer runter also ich könnte jetzt versuchen jetzt die kiste ah warte mal hier war doch auch so ja der boden hier ist ok alles klar das habe ich nicht gesehen dass man das verschieben kann da habe ich sogar schon das funkeln da gesehen ne aber nicht dass man das einfach verschieben achso ich muss noch moment wo welchen war hier oh jedes mal ich könnte so kotzen äh nur den hebe hier betätigen ja ja oh alter jetzt will mir das spiel mich aber auch hier ne herausfordern meine geduld so mach was kaputt sehr gut haben wir ein geräusch so hallöchen hier ist ein checkpoint sehr schön äh ja mal gucken mhm oh gott ist das so schön weiß ich gar nicht wir haben noch ein paar minuten mhm mhm diese rucklammern nicht mal holy shit ne danke bei mir geht es gar nicht mehr so gut zack oh einfach die wand voll geblutet sehr knapp dankeschön hm sorry Gib mir dein Blut. Hm? Hehe. Ja. Nach diesem Rätsel habe ich jetzt auch irgendwie gar keine Lust mehr so richtig. Weil ich sehe ja schon wieder das nächste. Ja, Wasser ist ja eigentlich scheiße für mich. Muss man ja einfach mal sagen. Das verletzt mich, deswegen... Mir ist einfach wieder verschwindet. Geil. Okay. Ich muss dann irgendwie diese Kiste darüber bringen. Aber die Frage ist, wie? Der Sound hat mir gerade Angst gemacht. Das klingt so ein bisschen nach... Äh, das Spiel bleibt hängen. Deswegen schweige ich jetzt lieber ab. Nein, ich folge jetzt eh gleich vorbei. Hm, hm. Hm. Wie kriege ich denn die Kiste? Achso. Ähm. Ne, muss ich nicht. Ich kann springen. Soundtrack macht mir Angst, ey. Also so... Das Spiel stößt da ja ab. Angst. Nicht so... Das ist gruselig, Angst. Boah, irgendwie ist mein rechtes Ohr wieder auch so ein bisschen... Drangenommen. Alter, was ist das denn? Rechte Ohr funktioniert nicht so ganz. Ich hoffe nicht, das liegt in meinen Kopfhörern. Aber nee, ich habe eben in OBS gesehen, dass es auf jeden Fall da auch rumspackte. Der rechte Kanal. Kanal? Yo! What the fuck? Jetzt geht's aber los hier. Meine Blutanzeige ist voll. Hey, rot geworden. Ich bin tot. Wow. Das hätte ich nicht erwartet. Ich mag sie, wie man so zu Staub zerfällt. Na gut. Äh, ja. War ja der... Ja doch, war ja der Checkpoint hier, ne? Genau. Ja, dann war es das für heute, würde ich sagen. Ähm. Da muss ich jetzt leider mich nochmal da... Durch die... Durch das Rätsel hier bahnen. Ja, ich war eigentlich jetzt eh nichts, das neu zu machen. Aber ja. Vielleicht mache ich das Offscreen mal bis zum nächsten Mal, wenn ich dran denke. Wenn nicht, dauert ja eine Minute. Ist ja jetzt auch nicht so dramatisch. Und ja, ne? Dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder hier bei Blood Omen 2. Legacy of Cain. Äh, bis dahin. Tschöööö. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö